Mein Name ist Julia Pretzers. Wir haben eine Glaserei und ein Fensterbauunternehmen aus Villingen-Schwenning und wir bieten zum einen Fenster, Haustüren, Markisen, aber auch Wintergärten. Das Besondere an dem heutigen Event für mich ist einfach, dass ich noch mehr Input kriege, damit ich meinen Vater auch bestmöglich unterstützen kann. Und dass die Mitarbeitergewinnung und die Kundengewinnung nicht einfach von 0 auf 100 ablaufen kann, sondern dass da auch wirklich Arbeit dahinter steckt und man sich einfach da Zeit nehmen muss.